Ich sehe gerade alles, was du machst, Moxie. Woher? Hacking? Mhm, mein Kanal. Da hast du jetzt nur einen Stream? Mhm. Wir sind schon live, ne? Moin. Kanal. Da hast du jetzt nur einen Stream? Wir haben schon zwei Streams. Wir sind schon live, ne? Der, du bist so leise im Stream. Als ob. Hallo? Wir haben zwei Likes. Der, du bist so leise im Stream. Geil. Ich check mal den Stream an Leute weiter. Wir haben zwei Likes. Kannst mal bitte auf den Stream zu gucken? Dann schicke ich den Stream. Tobi schicke ich ihn? Mein Bruder? Anu schicke ich ihn? Dann schicke ich ihn. Dann schicke ich ihn. Dann schicke ich ihn. Paul. Noah, ey Noah kann auf unseren Stream gucken. Wenn er, wenn er, äh, wenn er ein Mann ist. Flur, guck mal in unsere Kommentare. Da hat einer geschrieben. Bekomme ich deine Nummer, um dich in meinem Channel zu verlinken. Wer? Wo? Ich mein, der Chat ist bei mir weg. Nein, nicht der Chat. Bei den Kommentaren. Wir haben nämlich vier Kommentare von allgemein. Äh, vier Kommentare gibt's keins. Doch, bei dem Video. Geh mal bei dem Video. Zu dem Fortnite Stream. Zu dem, äh, ab und zocken. Road to 10 Subs. Ja. Und da hat einer geschrieben. Bekomme ich denn eine Nummer, um dich auf meinem Channel zu verlinken. Deinen Channel. Hier gibts nur zwei Kommentare. Egal. Kannst du ja im Stream sehen. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt schon? Nur gucken mal in den Stream. Guck mal in den Stream. Markierte Kommentare. Wer hat denn sein Kommentar markiert? Gut, okay. Mach Spielwiese. Ah, ich bin Gruppenführer. Ähm, Janik, sorry. Ah, wir möchten... Also, wenn wir Abo-zocken machen, dann machen wir gegen unsere Zuschauer einzigen Einzelkanzler von mir aus mitspielen. Ähm, Arne, du kannst auch gleich mitspielen. Dann können wir wieder einzigen Eins machen und so. Wart mal kurz. Wie viele Abonnenten haben wir denn, dass ich den Titel wieder falsch hab? Eins machen und so. Haben wir schon über 15 Subs? Ne, wir haben 13. Kein Moin, Maxi, du hast schon Level 65. Ey Maxi, lief mal nochmal. Warum? Warum? Wart mal auf den Port gedrückt. Wart mal auf den Port gedrückt. Ich möchte keinen Ausgang spielen. Hast du einen Ausgang? Machst du bereit? Ich bin erstmal los. Account tauschen? Nope. Hehehehe. Der Kuchenmann ist 500 Euro wert oder so. Irgendwie so. Keine Ahnung. Oder 300. Lad ein. Flo lad ein. Jolo Apfelhai kann ich gleich mitspielen. Ah komm, ich lad Jolo auf klein. Ich bin ganz ehrlich, lad doch ein. Es steht Abo zocken. Jannik, hast du uns abonniert? Soll ich nachgucken? Wo kann man gucken, wer uns alles abonniert hat? Muss ich grad selber gucken? Ich weiß, dass es geht, aber ich weiß nicht, wie es geht. Komm, gucken, wer uns alles abonniert hat. Warte, bei Channel steht es bestimmt. Channel? Ja, aber 79 Aufrufe? Was hat 79 Aufrufe? Insgesamt. Ja, wir sind immer noch perfekt in dem Stream. Es gab einen Fehler. Danke dafür. Okay, ich bin nicht schlau genug, um das zu finden. Verknüpfte Website. Ich bin nicht schlau genug, um das zu finden. Ich bin nicht schlau genug. Es gab einen Schlau. Ich bin nicht schlau genug, um das zu finden. Ich bin nicht schlau genug. Gleich. Obwohl ich mir schon lange raus bin gerade so eingefallen. Wechselst du bitte Team? Äh ja. So wie schreibt man nochmal donate? D-O-N-A-T-E-N. Wir können gar nicht donate. Oder die. Ja, ich muss ja den Link rein, Will, machen. Ich muss es ja verknüpfen. Äh Maxi, wo kann man jemanden Mod machen und Mod entfernen? Äh, soll ich Janik Mod wegnehmen? Nein, ich will es einfach nur wissen. Äh, das geht nur auf dem PC. Was? Das geht nur auf dem PC. Wieso? Soll ich jemanden Mod machen oder? Ja. Nein, alles gut. Janik soll noch bleiben. Ey, Janik, wir spielen nur eins, was ist einzeln, dann kommen und dann lieben wir, okay? Ja. Es geht instant los. Nur nicht meine Waffe. Ja, das ist ein Crash. Verkauf! Unfair. Er lässt mir nicht meine Waffe nehmen. Quasi. Das war kein faires One-Me-One. Hallo! Du Affe! Immer. Affe darf man sagen, wenn Screams. Ach du, jetzt ist mir nicht so viel da. Fem, 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 fem. Fem, 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 fem! Der war rein! Let's gooo! Nicht connected. äh äh was hast du denn gerade gemacht? du musst sie auf der rechten Seite achten los 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 falla falla wo sind die? wo sind die? noch eins ach so wir haben verschiedene Punkte wir müssen das gegeneinander machen äh er hat mehr Punkte jetzt nicht go 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 ja ich wachs aus meiner perspektive würde es außer richtig krass aus denen entfalten bruder bei mir siehts gar nicht krass aus ich hab gleich keine Metzen mehr ich hab diese kenne ne oda was mach ich? oh mein Gott die hätten mir so die Ehre genommen hä? hu huu ich konnte ne Tube arbeiten Nein. BG. 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 Bad Game. Ich geh grad kurz hinter den Pfeiler ein paar Mets. Und da geht's nochmal ein, Digga. Allah, wie er gleich wieder angreift. Oh, Digga. Jetzt ist ein DG Shot for Aim, Digga. Das ist halt so ein Headshot. Digga, ist eigentlich nicht so. Oh, das ist eben ein bisschen weitergelaufen. Ja, das ist komisch. Weißt du, warum das so ist? Nur Yannick auch zu beleidigen, sonst entfernen wir... sonst fern sich dein Mod. Ich entferne deinen Mod. Ja, du gibst mich nicht. Ja, genau deswegen. Wer ist Volker Mauler? Nein. Janik, wenn du nochmal so was schreitst, wie ich wäre denn, oder solche Sachen nehme ich jemand weg. Oh ja, bin ich auch der Meinung. Die sollen ein Vorbild sein. Und nicht ein... Schlechtes Vorbild. Das ist ein Lauf. Ein Lauf. Ein Lauf. Ein Lauf. Ich kenne diese Arten, ne? Das ist geil. Ich kann einfach dein Stream gucken und weiß, wo du bist. Haha. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist ein Lauf. Nein! Warum, warum schieße ich's auf? Ich bin noch retten. GG! GG! Nein! Gut, Yannick hat deine Nachricht zurückgenommen. Oh, das ist gut. So, bist du gerade mit unserem YouTube-Channel? Wie war das? Oh mein Gott, was? Bist du mit unserem YouTube-Channel im Stream? Ähm, nein. Also, wie meinst du das? Also, wenn du mit einem 2. Account beschäftigst bist, dann schreib mal was rein. Und dann war ich mit dem Spot. Ja. Ich bin eh ja auch nah. Das händelst nicht wegen. Ja. 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 Das tut weh. Ja. Das tat weh. Truth attrafen. Ja. 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 Oh nein. Oh, Faxi! Run run! Ahhhh! Das Game is true! Das Game is trash! Ey, kennst du das von Fearless, wo er so 5 Funken hat, dann hätte es gegeben, hat doch keiner damage gemacht. Von Violess? Nein, äh, Fearless, oder wie der heißt. Keine Ahnung, kenn ich nicht. So dumm, Maxi. Chuck Chuck! Oh nein! Digga, das ist so riesig! Vor allem will ich dich nicht mal angreifen! Oh, guck mal hier rauf, Maxi! Warte, ich... Warte, ich versuch dir das 3-6-y zu geben. Bleib da stehen! Wenn du ihn triffst, dann bist du zu gut. Bray! Warte mal nochmal! Was war das? Du so... Hallo? 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 Scheiße! Wir streamen gerade, ne? Abonniere! Abonnieren wir den Kanal! Sofort! Hier ist dein Kanal nicht vom Rein, Alter! Ja, Danks Army! Danks Army! Danks Army! Und auf Insta heißen wir DanksArmy! Schau! 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 Hast du uns gefunden? Zuschauer, das ist krass! Schau! 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 Wir geben dir auch Mord an uns! Ne, schau! Schau! Ich glaube, wir haben keinen Abfall bekommen! Schau! 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 Was ist denn aus? Es sinkt! Bruder, wick knapp! Oh, was ist das? Oh, gehst du mal hier! Ich bin so tot! Oh Gott! Ehh! Geil! Halt mal auf! Ähm, jetzt! Jetzt! Danks Army! Nein! Danks! Danks Army einfach! Alter! So! Okay, die machen gerade Livestream, aber ich seh sie nicht! Ihr seid nicht mal Livestream, Usa! Was ist doch hier! Dank fünf Aktive Zuschauer, Alter! Unser Mod ist richtig so ein Beleidigender! Bin ich live? Geht, ich mach dich lauter! Ey, ich schreib's ruhig! Schreib in den Chat! Schreib mir zurück! Ich... Ich bin geil! Ich hab noch nicht gekonnt! Ich hab noch nicht gekonnt! Ich hab noch nicht gekonnt! Du, ich bin live, Alter! Wir sind im Livestream drin! Ich mach euch mal lauter! Ich hör euch was gar nicht! Ey, Maxi! Guck mal zu mir! Wart mal! Ich muss lauter machen! Ich hör die gar nicht! Jetzt mal, sag mal! Ja! Sieht süß von gut aus! Ey, Maxi, guck mal zu mir! Was? Was? Ey! Ja! Okay! Das ist einer aus meiner... Aus meiner Klasse! Aus meiner Klasse? Ich spiel'n Fortnite und wir sind da drinnen live! LOL! Oh, Bruder! Was? Was? Der hat ausgehoben! Oh! Warum haben die hier keinen Zuschauer? Warum schreibt mir keiner am meisten zurück? Ich hab' die sind acht aktive Zuschauer! Ja! Nein! Ich guck mal! Bruder! Ich fäll'n! Nein! Du wüsstest, dass ich irgendwann verdrinkt! Der Pumpgun-Head hat mir keinen Damage gemacht! Aber okay! Ich liebe Maudado! So, du hast mir den Pumpgun-Head gegeben, aber er hat keinen Damage gemacht! Leid ich ihm aber auch keine Zeit dazu dünn! Ja, weil wir nicht da kämpfen müssen! Eins los! Ich hör' ihn gar nicht! Hallo? Seid ihr noch da? Ey! Nein! Ja gut, noch kurz! Ich fäll' ich einfach gar nicht! Geht noch mal wieder! Ich liebe Maudado! Schreib' back! Kannst du mal bitte mich, mir antworten! Ich schreib' die ganze Zeit! Ich bin geil! Schreib' mal back! Ich liebe Maudado! Ich liebe ihn! Ich schreib' das unter jedes Video! Kannst du ein bisschen meine Kommentare pinnen? Oder wenn das geht? Ich möchte einfach famous live! Liebe Maudado? Bist du das? Ja, ich bin das! Ja! Maudado ist mein Boyfriend! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Und das keiner weiß, nur ich weiß was! Ist das nicht mehr da? Und man kann so oft einem Typen schreiben, dass ich... Mann, der schickt mir X-Men, das will ich nicht! Wie geht's euch denn? Und dann? Das ist ja... Moxie geht's jetzt nicht mehr so gut. Genau das will ich nicht. Geht's jetzt wieder... Das geht's jetzt Moxie schlecht! Äh, wenn dann das... Ich dachte, das ist ein Live-Team, oder? Da steht das in Acht-Zuschauer! Warum? Schreiben die nicht in meine Kommentare... Wenn ich in das Live-Team bin, dann schreiben die mal sofort eine Leute zurück. Warum jetzt? Was soll denn bei? Ach sooo! Guck mal, die haben... ...einen Draht! Nee, ich bin doch nicht durch. Hast du das nicht ohne wie ausgemacht? Nein, die rennen! Komm mal! Komm, Mauskopp bitte! Hallo? Du Ehrenloser! Du Ehrenloser! Sowas sagt man nicht! Ja, oder was auch die Ringe ist? Warum? Warum ist Maudado Ehrenloser mit Maudado da? Ich hab mir ja schon nicht drauf, keine Ahnung. Wir sind verlobt! Ich und Maudado! Ey, Sven, mein Kommentarer liest ja lieb dich von Maudado. Danke. Max, du leckerst das, ne? Er ist ein gutes Mädchen. Kai, komm mal schnell! Ey, wenn ich euch... Wenn ich euch abonniere... Ja? Wenn ich euch abonniere... Wenn ich euch abonniere, Spam, Alicia lieb dich! Du bist so eine Freundin... Und nicht? Ich bin gleich wieder da! Was? Einfach irgendeiner! Einfach schreiben Alicia lieb dich! Mach einfach die ganze Zeit qui... So! So! Krass! Spamt das bitte Maudado in den Kommentaren! Jeder, Alter! Jeder! Jeder, der diesen Livestream gibt! Na, Anna, sag mal dann! Du hast jetzt ein Freund! Nein! 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 Kannst du nicht sein? Guck dir nicht! Alter, guck mal, was ich immer noch nicht geschrieben habe! Ich guck mal, guck mal! Ich guck mal! Keine Ahnung! Ich guck mal! Ich guck mal! Ich guck mal! Irgendwo raus geht, ey! Oh mein Gott! Mein Arsch! Ich guck mal! 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 Habt ihr schon mal in deinem Konto? Ich guck mal! Ich guck mal! Ich guck mal! Ich guck mal! Das ist wichtig! Das ist wichtig für mein Leben! Ich liebe Maudado! Ich guck mal! Ich guck mal! Oh nein! Ich guck mal! Ich guck mal! Maudado! Dann müssen ihr alle... Schreibt alle rein! Maudado! Dann fragt ihr eure Freunde aus! Was ist Maudado? Alter, wenn ich mit Maudado zusammen bin! Ich liebe ihn auch, wenn er zehn Jahre älter ist! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Ich guck mal, wenn er zehn ist! Der ist 24! Aber ich hab... Ich bin 14! Er ist zehn Jahre älter als ich! Aber ich lieb ihn! Also, wenn er mich heimraten will, ist das okay! Ach, scheiße! Maudado... Du hast einen Tisch! NICHT! Ihr könnt... Unter jedes Spiel von Maudado gehen, das geht überall! Ich liebe dich von mir! Absolut! Ey, Junge! No! Ich bin kein Klangöl! Ich liebe Maudado einfach! Er hat so gute Spür! Oh, so bad! Wie wird das sein? Okay! Oh, was ist das? Sieger ist das? Nein, es ist nicht mehr! Wollt ihr mal euren Fans eine lustige Story erzählen? Du hast gesehen! Oh, oh! Sehr Spaß! Ich rede grad mit euch und währenddessen schreibt meine Freundin mit meinem Handy, dem Typen, das ich liebe. Da hat sich jetzt mir den geklärt. Mit dem bin ich jetzt anscheinend zusammen. Und meine andere Freunde hat die Nummer, von dem schreibt sie sich jetzt an. Hey, ich hab heute noch eine Freundin! Also, ich freu's ohne das. Wollt euch nur Maudado gehen. Nein! Alter! Der Scheiße! Der Dingflick schickt an! Komm! 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 Du bist mir Leid Neils, ich muss ausreißen. Kannst du bitte aufhören! Nein, ich sollte dich hin, ich sollte später gehen, dass ich später was mich dran wüsse. Was denn mit dir? Von deinem Gesicht an? Alter, du kannst es hier spielen die auch. Nein! 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 Diese 9-Modern ist 10. No-Skill-Style. Hände mit mir! Ich bin wieder witz! Habt ihr schon mal da das Kommentar gequänt? Ja! Ich wollte es bauen! Nein! Hallo, wann bleiben? Wo bleibt ihr? Es fällt mich zu, ich habe euch auch abonniert! Was soll ich machen? Was? Was soll ich machen? Ja, unter Modano zu fachen, weil ich sehr lieb es hier. Was soll ich unter Modano zu machen? Es. Was? Was? Oh, was? Oh! Oh! einfach in die Kommentare schreiben, mal da und ich lieb Alisa lieb dich, herz. Einfach, dass er jedes Video ablostet. Irgendwas, irgendeinen Mund, der dich noch mal bemüht. Ich kann nicht in den Mund schreiben. Ey, ich kann keine Twips an der Wand platzieren! Warum musst du die kaputt? Du hättest den scheiß... Der hat mal Revolver, ich hol jetzt auch mal Revolver. Der ist voll scheiße und geschehen. Punkt noch da, das ist nicht in den Kommentaren, oder was? Der kann ich doch auch nicht machen. Nein, Mann, die nicht mehr... Hat den sie eigentlich abonniert? Oh, der Arme, der Arme, der Arme, der hat sich einfach nicht blockieren. Boah, hast du es gar nicht abonniert, du lügst? Bisschen lügt auch. Du bist feinbar. Warte mal, Florian, wo Gott den Papier hat? Wir haben nur einen Zuschauer. Waa? Ey, jetzt ruft Yannick mich an. Ich glaub, es hackt. Kann der mal aufhören, mich anzurufen, der? Kannst du mir bitte spammen in Mandatos Kommentare? Ich lieb, Alisa, lieb dich? Ja, gleich. Ey, wie du vergisst das? Ich guck mir alle Kommentare an, bitte. Flo, guck mal, wie viele Abonnenten wir haben. Ja, warte. Wir haben 15 Abonnenten. Ey, du bist schon alt. Ja, ich hab euch auch abonniert, irgendwann. Ja. Dann würdet ihr nur 15 abonnenten, weil wir euch abonniert haben. Warum? Weil wir davor 13 hatten, ne? Als ich euch abonniert hatte, hattet ihr 14. Guck mal, ey. Hau! Euer Lifesteam hat dann fein acht. Du fachst dich immer! Ich will dich auf dein Teams hier. Guck mal, ich will dich hier überall durch, was du sagst. Können wir ohne Reise spielen? Da fackt mich ab, dieser Fliege holen. Wollt's. Ja, gern, ich will verlassen gleich. Ich lass dich gleich. Deine Ehre hat dich auch schon verlassen. Was? Wenn du mich jetzt triffst, Digga, dann wirst du dich. Ich kann immer den Lachkampstonen. Ich will euch mal an. Ich weiß nicht, dass du getragen seid. Glaubst du, das ist kopiert, oder? Ja. Was? Können wir da auch in den Typen gehen? Ist doch klar. Ich hab gleich den Block mehr vor. Oh. 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 Eh! Das Casino hat gesperrt. Was ist doch mal ein Schieger? Äh... Nein! Nein! Bom! Hilfe! Nein, du warst auch nicht. Nein, du warst auch nicht. Auf, 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 auf. Oh, was haben die für scheiß Fans? Warum unterstützen die mich nicht mit meiner Lieblingsmaudado? I hate you so much. Hm, I know. Warum hasst du mich jetzt? Nein, du hast mich. Doch, du hast mich. Nein, du hast mich. Oha, ne, ich lief, ciao. Du spammt nicht immer da, du kommentare, liest dein Lieblingsmaudado. Oh, ich, du hast mich nicht. Oh Gott. Bitte spammt einmal. Hey, I hate you so much. Nein, 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 nein. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn ich, wenn ich dir wichtig bin, dann gehst du jetzt da rein in die Fallen. Was? Wenn ich dir wichtig bin und ein guter Freund für dich bin, dann gehst du jetzt in die Fallen rein. Ehre, Mann. Ich kann nicht mit dem jetzt hin. Also, noch ein Battle, okay? Juna, I know. 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 Wenn du, Janik, wenn du, Janik, mehr magst als mich, tötest du mich jetzt. Was? Wenn du, Janik, mehr magst als mich, musst du mich jetzt töten. Ja, ich würde nur sagen. Du willst ihn auch? Loll! Random gleichzeitig. Kann ich auf den hier? Hehehe... Wiss du das denn? Aua! Wiss du den hier? Mann! 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 Ich wollte rein! Ey! Nein, 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 nein! Ich hab mir hier mit meinem Zettel angucken! Was ist das? Nein! Warum brauchen wir nicht mehr an? Äh, ne, ich glaube nicht. Oh nein, nein! Also, die sind wir nicht mehr an. Nein! Das ist eine Klingel, aber ich habe Angst, dass ich sie verletz. Das ist alles. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, der ist das. Ja, ich weiß, ich weiß nicht! Oh, ich weiß! Oh, ich weiß! Nein! Ich bin immer auf dem Kopf. Ja, ja, Nik, gleich. Eins, halt. Hallo, nein, 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 hallo. Oh nein, er hat sich noch verriebt. Okay, dann will ich... Bleib hier. Du Hund! Schön gebunny hoppt. Warum kann ich hier nichts bauen? Ich kann nichts bauen. Flo, Schimmel. Hä? Kann ich netz? Doch, ich gucke in den Stream, ich kann nichts bauen, obwohl ich netz habe. Hä? Hä? Da oben? Warte mal, Schimmel. Jetzt geht's wieder. Vielleicht muss ich nicht mehr töten, Max. Ich glaube, daran liegt das. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wir sind Unforgetable. Ich weiß. Ich weiß. Wir sind Unforgetable. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Jetzt komm ich los drauf. Ja, schau, Maxi. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Das war geil, oder? Und der hat sich die Ehre genommen. Hä? Ich habe die Ehre genommen. Deine mal. Nein. Er hat mich nur einmal getötet. Na? Mhm. Ich habe die Ehre gemacht mit meinen Traps. Ich weiß, was ich kenne. Ich weiß nicht, dass der rauscht ist. Ja, das war Janik, aber okay. Janik, war auf! Ja, okay, ich muss Janik wieder. Du. 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 Ähm, Paul, ich wollte Fragen auch drüber zum Beispiel wissen, kann ich mal gegen dich eins machen, wer eigentlich was? Äh, Flo, was hab ich grad gemacht? So rauscht. Äh, ja, ich raus jetzt nicht mehr von der Hetze. Ja, ich hab mich schon wieder von YouTube. Ich hab ne Frage, Jungs, weil diese Maudage da, ne? Die hat immer reingeschrieben, ne? Check it! Ich hab hier mal eins. Flo, ist jetzt wichtig. Was? Weil das steht immer, das steht, nein, das steht immer, weil die hat geschrieben, ich liebe Maudado, und da steht immer, ob ich das aussetzen soll. Ich hör nicht drüber. Ja, wegen Max. Ja, Flo. Ich hab mich auch drüber. Nein, hört mir mal zu. Soll ich das, wenn einer reinschreibt, ich liebe dich, äh, ausblenden, weil das wird automatisch? Wurde das grad von YouTube gesperrt. Bei mir. Dass man das nicht reinschreiben darf, das wurde grad von YouTube gesperrt. Nein, aber da steht immer, ob ich... Nein. Es ist ein ganz normaler SS, es ist ein ganz normaler Ford. Nein, da steht immer. Ob ich's auskletzen soll? Ja, ist mir egal, wenn das Team dann weg ist, ne? Weil wenn YouTube's selber ausblenden, dann kann ich auch nix dafür. Flo, oh, nix los ist! Ich bin so jung, ich hab nicht mehr dran... Ich hab keinen Granatwerfer. Ich hab keinen Granatwerfer. Ich bin grad main, Digga. Ich hab keine schau und spin, das ist los. Äh, ja, ich bin nicht gut. Ach so, Flo hat sich in Teams begemütet. Flo? Ja? Und steh, ich hab ja so ein bisschen Sprachjet. Bin ich doch. Du bist ja doch auch. Ich hab ein Vorwärter und ein Bein. Ich hab's doch vor. Maxi wechselteam! Kann ich nicht töten. Maxi wechselteam! Nee, er hat mich fein lassen. Wechselteam! Wer ist denn ein guter Freund bin, den wechselst du jetzt Team? So, das wär mein Herz gebrochen. Hahaha. Danke, mach ich dir keinen. Wie ist das Herz jetzt aus deines Deutschlands? Digga, er hättest in den Zügen geschaut, Digga. Ich glaub, du hättest nicht ins Szenen worden, Digga. Weißt, wieso? Ich hab reingeschrieben. Janek, hast du gesehen? Hast du... Ja, das weiß ich. Das hab ich auch gesehen, was du da drin warst. Bist du, Janek. Das ist dein Szenen. Hallo! Ja, komm her mal. 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 Er packt sich doch meine Treppen da und durch meine Wand geht. Ich fress ein Besuch. Aber im kompletten Alter. Aber im kompletten Alter. Ach, alter Junge. Das sind das wieder für Settings. Ich kack mich ein. Ja, danke, Flo. Janek, ich hab aufgerechtlich wirklich zu sagen. Ja, aber du darfst beleidigen Ruhm im Schwim, ne? So schaut's aus. Koi, Janek, sofort bist du dran und sofort eskaliert hier alle. Halt mal bitte beide auf. Ich hab's nicht beleidigt im drüben. Oh ne! Ey, hier abstausch in den tollen Arten. Oh! Machen wir den Weg, äh! Deine Falle hilft! Scheiße. Boah, deine Falle ist ehrendes. Deine Falle ist gegen meine Falle. Er gibt gleich Fallenkampf. Digga, er kommt mit deinem Schusseisen. Schießeisen. Schuss. Ey Flo, Max, alter. Wird ja kein Problem. Ich hab eh rum der Falle. Ja, dann lass uns doch so verkaufen. Ich hab grad mal weg. Ey, wohl, stimmt es, dass die Skopter erst Werke gemacht wurde? Also vom Spiel her? Nope. Aber das steht im Pätschnaut. Klar. Ja, was du, Max. Bei mir macht sie keinen. Bei mir macht sie jetzt keinen. Bei mir macht sie jetzt 24 Sender. Schon normal hat die immer eine 20 oder so gemacht. Hä? Bei mir hat sie immer 24 Sender. Na, komm! Was? Keine connected. Ja! Mit 8 AP? Keine AP connected bei dem Tier, Digga. Digga, er mit seiner Scheiß-Vodafone-Leitung. Alter, ich bin nicht vergraben. Ich hab kein Vodafone. Ich hab Telekom. Ja, ich hab auch Telekom, alter. Hi. 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 Flo weiß was das Ding ist. Er kommt mit seiner Shotgun und ich bin mit dem Skopter eher, Digga. Ja! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Eijer, du bist so ein Asser-Sasch! Get down! So, ich hab' nicht wieder voll in Pause! Oh, Mann, ey, ich hab' so wenig Munition. Ja, ich auch. Ich hab' nur 200! Ey, lass' doch für den Herausforderungen hochgehen! Da kann man bei den Schieß-Food, das bekommt man ja umsonsten! Äh, für Munitionskisten! So. was mach ich gerade? also ich bin zu viel ich machs ganz schlau ach ja machs was Flo ey Yannick schuf mich gleich wieder an digga die Waffe ist ja absolut okay jetzt digga du hast mir grad mal 30 damage gemacht ja aber normalerweise hab ich schon ziemlich ausgedrückt damit na ich hab früher so viel damage gemacht ja aber die hat die hat ja Flo ja ey Junge lass es doch er klaut rein ja also Flo läßt er mich nicht hä runter schieße ist verboten ja kommt runter schieße ist verboten egal das war so Ehre genommen ey ich hatte nur noch 28 AP von dir ist egal guck mal ich hab so weg editiert ey ganz ehrlich ne wenn Max es von hinten runter schießt ne hä ich hab gar nicht so lange geschossen zu oh mein gosh der war so voll Headshot drauf ne er war ey lass mich doch mal in Ruhe hast du so verflogen nehm mal deine Tissi egal mach die AP von dir komm her bis sie mal nein ich hab immer mal die Pompkomm los go battle jahuu der wär nur laut gut aah ha 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 eh du Ehre runter ja mit ehre genommen ich bin rumgestanden ja 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 tritt damit hat dann trist du jeden schuss und du musst ja ja auch der muss ich bin so schlecht geworden ja so schaust aus jetzt geht es jetzt schreitiger aber ich muss mit mit und ich will mir noch rpg nein mag ich mache mit dem stil Ich bin sehr schön drin Du machst das, denkst du nicht, du bist nicht Da steht wieder 2... oh Ja ne, komm her Ja ne, chill! Chill! Komm her! Komm her! Ein hit! Ein hit! Ja, dann lass dich doch rücken Mensch, das ist... Ich bin schon 15 spitze Teile 3, 3, 4... Doch, aber nur... Ich hole mir nur einen für ein Rocket Riding So weit Ja ne, ich fahre Ja, ich fahre Wär der die Shit Wär der gegen Hittert hätte, Alter Wär der fast drauf gewesen, wenn du mich auf Leipzig Ich fahre ich Ich fahre ich Ja, dann fahre ich Ja, dann küsse ich mich erstmal, weil ich an der Zeit Der Maxi, der Düssel Der Düssel, der Düssel Ich kann mir hier hin Ohhhh Eij jah, ja... doch das macht seine ehre absolut ja nicht so was darfst du nicht sagen es war aber gerade noch weil es hat schlecht gut gemacht war nun soll aber als warum das ist warum da kann ich sich sagen wir mal der hat ein paar ich habe ein freund hat mein stream gesagt und das stream wird von ihm gesperrt los go nur mein freund hat mal den stream von dich gesagt und dann wird dein stream gesperrt er vielleicht auch irgendwas anderen kann ich auch haben weil ein großer YouTuber wird nicht gebahnt ein großer 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 er hat nichts anders gesagt und dann wird gesperrt aber schau mal montag oder so die werden auch nicht gebannt wie sie noch stück und stück wird es strenger wie bei solchen sachen hat er nicht recht jannik hast du mit jannik bei solchen sachen sind die aber nicht doch wenn wir endlich diese diese drei waren so wurde der montag gebannt einmal ein bisschen gefahren also schon für einen monat weil er so ausgesagt hat wurde ein monat weg jetzt kann man auf youtube auch dafür gebannt werden ja aber nur wenn man sich meldet ja vielleicht kann jemand das gemeldet ja aber wenn es darunter jemals hat ich lieg auf das ist auf klo wenn mich jemand tut sie dann nie das macht nichts mach es aus mach es will nicht los wo bist du? ich muss Flo einbauen ich hab auch Flo ein, ich hab Flo ein ich hab Flo ein, ich hab Flo ein die Wand Bugs, das Bugs ich komm nicht mehr raus Bugs ich komme ich komme schau mal her, schau mal her, Achtung, Flo ist hier drinnen ist da drinnen rum ich darf Flo ein Grömer, ich dachte ich, ich verteile die Geflogen mit meinem Leben ich verteile die Geflogen mit meinem Leben schau mal, hier Bugs aber wenn du Flo kriegst, ist es unendlich schau hier ich kann hier nicht nochmal drauf ja weil er da weg muss, wenn er weiter nach hinten oder nach vorne wenn du den killst Flo kann ich dem stream nachschauen weil dann sieht man das viel was ich will nix tun ich darf so hä, die Wand hä, die Wand hä, hä, hä hä die Wand die Wand heeeelp what the fuck hallo los for battle banana power banana power banana power banana power banana power banana power ich hab's gebeten yo hallo, nur ein Auskopfettel ja lass mich jetzt nachladen ja lass mich jetzt nachladen ne alter ja alter, du bist schon ungefähr los aber ja ha nein ich hatte den Liebetreff Geh weg! Geh weg! Du scheiß Eis-Kack! Weg! Ja! Nein! Läube dir, ist das weg oder was? Also, ich hab dir nur zwei von... Ah! Huh! Du brennst deine dick mal neben dir! Ja! Hä? Nein! Du hast Flo geguckt und Flo kann sonst viel nachschauen! Ah! Geil! Frage, Yannick. Wie ist Flo gestorben? Weil du eine Ding neben Flo geplaced hast. Das hab ich sogar gesehen. Warum rennst du da auch rum? Ich hab kein Leben mehr. Ich denk ja, Flo schickt dich nicht mehr. Ich hab kein Material. Ich hab kein Material. Ja! 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 Ich hab' den rausgelegt! Ja! 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 Ich hab' den rausbekommen, ich hab' den rausgelegt! der rauf woran auch aber ich hab gedacht macht ein mädchen leuchtend ja Ja, voll der Trickshot, oder? Voll der Trickshot! Bester Trick um das 3KO! Junge, der ist der Gegend jetzt mal auf dich! Ja! Warum? Nein! Wieso? Wieso? Flo? 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 Zu meiner Verteidigung? Das war versehen. Ich hab mit Yannick gefightet und er stellt sich natürlich direkt neben dich. Aber das war echt nicht sehr fein, dass ich so. Wenn wir jetzt noch... Mit Flo, geh nicht weiter, können wir ja Baubette machen. Den ich mal. Den können wir noch... Oh, danke. Ich hab das Nacht schon wieder geklappt, Flo. Ja, Flo, guck mal kurz in den Stream. Ich hab grad Yannick... ... und Trickshot, die Käpe. Ja, wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du mich snipest, Maxi, ich würd ein bisschen ehren... Ähm... Warte, 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 warte. Wer bist du richtig... Hä, 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 los. Ich snipes, Maxi, ich würd ein bisschen ehren... Du musst weiter zurückspulen, Flo. Warte, ich muss gucken... Wo war das, Maxi? Ist das schon lange her? Hm, ja, so kurz bevor du... Kurz nachdem du gegangen bist. Ich hab ihn so ne... 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 ... während der Lauf ist... ... so unten gesprungen ist... ... Quickscope gegeben. Ich wollt dir nur noch wohl Leben geben. Das war beim Fischhauen. Das ist dein Nachhol, wo du ganz viele Boundfits geholt hast? Äh, ja... ... auch nach dem Fallenzeit. So, bist du bereit? Der muss kurz was machen. Lass mich doch mit... Lass mich doch, Maxi! Ja, weil du stehst doch mit... Ich mach' mit kurzem Bauch! Ich mach' mit kurzem Bauch! Ooooooh! Ooooooh! Aaaaah! Hä? Hä? Beides treibt nicht die Ehrenhosen. Nein, ich mach' nichts. Ich mach' dir die Fallen verputzt. Ich mach' dir die Fallen verputzt. Ich mach' dir nicht! Ich mach' dir nicht. Ich mach' dir nicht mehr! Ich mach' dir nicht mehr! Jetzt guck' dir den... Guck' dir nicht mehr... Ich gucke' dir nicht mehr! Ich gucke' dir nicht mehr... Ich gucke' dir nicht mehr! Nein! Nein! Da hast du nämlich wahrscheinlich schlecht geschütet. Ey, Janik, kill mich mal ganz kurz. Was? Kill mich. Willst du dich noch? Janik, kill mich! Warte, was? Nur Spaß! Nur Spaß? Ja? Ja? Was istiyorum, wenn du schon Bitcoinidis compensat necessiten? Beschだ! Von mir weg? Gelded. Ich hab es mitbekommen. Ich auch. ich hab nix gegräufe Maxi, worauf hast du mich denn da? Bist schon getötet Maxi, jetzt hör auf Maxi, hör doch auf Willst du mit so'n Bauchermachen Schau auf Maxi, das war ein Warnschuss Das war ein Warnschuss Okay, jetzt komm schnell her Das war ein Warnschuss Hier kannst du, das ist dein Okay Ich weiß noch ganz kurz, nochmal Ich sag, wenn's losgeht, wenn ich in die Luft, wenn ich in die Luft mit der Pumps gun, ne mit der Sniper Maxi Da kommt er einfach auf Reflexer an Oh, ich bin unter deiner Dings durchgesprungen Hallo Ja, hallo Haha So ist der Spray geil, schau mal den Spray an Ob der geil ist, komm her Ist der geil Warte, ist der geil Olaf, wo hast du den? Deckelpass Ja Wenn du Stufe 92 oder so bist Den ist der auch geil Janik, den hier warte aus, ja Ich fühl sie nicht mehr Janik, kennst du diese Leute, die einfach so macht Janik, kennst du diese Leute, die so machen Alter, dein Gesicht bleibt mal hier Alter, dein Gesicht ist so geil Uiiiiiii Janik, ja mal Ja, den kenn ich, den hab ich auch Ey, mach mal die Pfeil hier weg, mach Ey, Bruder, mach erst mal den Lama's mal wieder entzogen Nein, das geht gar nicht Er meint den Gamescom oder? Ich will dich mal anschauen, ich will dich mal anschauen Maxi, hast du auch diesen Emote? Loot für den Ninja Meinst du den hier, Flo? Ja, den hab ich nicht mehr Den hattest du doch auf deinem anderen Account Achso, fuck Scheiße So wollen wir jetzt eins gehen Ihr Bruder Ey, hallo, ich bin, hallo Bei mir geht, ich sag, wenn's losgeht, wenn ich in die Luft schieße Rennt er mit dir Ja, ich war einfach ne Falle Ich will mitfallen oder ohne Falle Ich würd sagen, wir dürfen ohne Fallen, okay? Wenn ich in den Himmel schieße, geht's los Ja, okay Aber mit Bouncepads Nein, das ist Asti, das ist kein Skillflug Ja, okay dann, Digga Drei 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 Eins Oh, wo der Herr waut Der ist auch unzünd Oh, Bruder, wo baut der bitte schnell hin? Bruder, ich geh, ich komm hoch, euch zugucken Kann sein, dass der Lenkraketen wird so übrig Nein, ich falle nicht schon wieder runter Ich hab' den Drei Läuft los hinter mir Ich schlur den Ernst Magst du doch, ob ich hab' dich schießen? Hä? Guck in den Typ, ich hab' dir nichts getan Ich baue mich Ich kann hier nicht bauen, ne? Ich kann hier nicht bauen, ne? Flo, wie kannst du mich hüttn? Hey Flo, ne? Ganz ehrlich So macht den Flo, mich Ey Flo, ne? Wie kannst du mich hüttn? Mit Skill Ey, ich editiere grad wie schon ein Burensohn, Alter, ganz ehrlich Ja, nicht! Ich schaue, dass ich sag, aber Ja, nicht! Okay, Mod wird endlich Hey, Junge, sorry Digga, bitte Ah, Digga, oh Ja, ich muss es dir in Oh Nein, hör auf, Max Ja, aber das darf man nicht sagen Jetzt kannst du rauscutten Nein! Seit sieben kann man nix rauscutten Karten, ne? Ja, mach ein neues Team, Junge Das bist jetzt rausgerutscht, sorry Ich hab' dich gehört Jetzt killt er mich, ne? Ja, weil du solltest du das Ich hör' dir, ne? Lass Bauwerte machen, der Geld nimmt dich Nein, das ist er verdient Ey, sieh an, ich hab' die Ehre verloren Junge, das war' keine Ehre genommen, Junge, das war'n was du Gut, du könntest was mit deinen 300 Winster, Alter Das ist aber schlecht Ja Sag, wer denn jetzt mal den 310, der auf der Luft abzuschieben 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 Ja, der wird sterben, weil er mich beleidigt hat Ja, komm Der Bessere gewinnt jetzt von euch Dann wird sie wieder Streit gehen Dann wisst ihr, weil er, wer der Bessere ist Ja, komm, Max, warte Ich hebe dich jetzt Ja, ich hab's halt mal vorm Material Du denkst mich? Dann gib mir mal den Weg, was wir mal materialis machen Dann frag mal den 100 Holz 100 Holz reichen Der Leis Der Leis Der Leis Mach's für dich reichen 100 Holz, du brauchst eh nur Pyramiden Bestimmt mit Macht Hochbau und Müll, geflogen oder klauen Pyramiden Das sieht einfach mal Mann Und ich hab keinen Boom oder so wie so Letzt viele PC-Spieler, wann wir so sagen Der ist anders, ich will's mit Skaff ja nicht Ja Ja Okay Aber mit Skaff kannst du selbst brauchst Trink eigentlich hier auf P's hier, weil du einfach nix mit Skaff machen kannst Außer dann aim Ja Ja, ey, mach das passend ganz simil aus Ja, aber bauen Bauen kann ich gut Willst du damit sagen, dass du keinen Spaß hast? Ja, aim, ja Geht Kannst du mir auch mal den normalen Controller anschließen Okay, Leute Nein 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 Aber ne, Flo ist vielfällig mit normalen Controller, ne? Ich hab nen Skaff, aber ich spiel nicht damit Ich kann dich sogar schicken lassen mit dem normalen Controller-Spiel Ey, dürfen wir ohne Fallen? Nein Ohne alles Geh weg, ey, guck nach oben, wenn dann Okay, auf die Guck in den Himmel Guck in den Himmel Ah, ich muss mit der Heavy-Sniper schießen Ja, guck in den Himmel Ja, guck in den Himmel Ha, Max, wüscht das? Was war da los? Gott, nicht eingebaut Nein, ich bin auch alter, fail Ja Fail, fail, fail Was man darf denn setzen? Aus! Ah! Schmerzen, das Schmerzen Hä, ich bin nicht mein eigenes Ohr Einmal, boi Ich bin durch mein eigenes Ohr Ja, ist gut, ich hab nur 20 Legen verloren Was soll ich auf den Schuss haben? Ey Max, was ist denn los? Baubett ist vielleicht eigentlich so? Ey Flo! Ich bin hier gehüttelt! Du holst sie doch sowieso! Ja, ne das geht nicht! Flo hat aufgeschossen, dass er mich killen wurde! Hä, du hast gestiegen! Nein, Flo hat aufgeschossen! Nein, du hast gestiegen! Er hat von dir das Ding auf... Doch, ich hab wirklich... Er hat aufgeschossen! Ja, aber du hast gestiegen! Ja, ich hab rübergeguckt, aber Flo hat aufgeschossen, weil sonst hätte ich mich nicht killen können! Hä? Ja, schau ihn an! Oho! 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 Ich hab ihn! Ich hab ihn leider! Oho! Er packt sich durch alles durch! Come on, Alter! Digga, Max, ich mach jetzt noch ein Baubett, dann nehme ich dir die Ehre! Ich hab zwei ja vier, ich hab zwei ja vier! Nee, wir machen zwei Baubettel! Komm jetzt hier! Komm jetzt hier! Komm jetzt hier, wir machen jetzt hier an diesem Stand! Und ich zeig's mir nicht auf, wir machen jetzt hier Baubettel! Das ist der Fall! Also, es fliegt der Controller, Alter! Oho! Brüten in den Wasser! Ich will noch mehr da hin! Ja, genau! Ich hätte sie grad gebraucht! Ey, Flo, ey! Ich schaff's ja nicht! Ey! Na, Wolle! Ich schaff dir! Ich hab' nicht... Ich schaff dir! Ja, ich schaff's! Ich hab' nicht! Ich hab' nicht! Hä?! Alter... Hä?! Ich hab' keinen Kiege hitt'n! Hä?! Flo, was ist hier? Ich hab' nicht! Ist das schlecht! Ist das schlecht! Ich hab' nicht! Ich hab' nicht! Ich hab' nicht! Ah, mein Bauch! Oh, ich hab' nicht! Oh, Bruder! Er verbaut! Er verbaut! Eeey, come on! Er packt sich auch durch alles durch! Füßchen! Füßchen, den raus! Oh! Oh mein Gott! In der Luft! In der Luft gehad! Jodette! Ich mag das Baubattle machen! Ey, der Kerl! Was ist mit ihm los? Ey, geb den keine her wie Slifer mehr, Flo! Digga, der bumpt dich hier komplett, Alter! Let's go! Alter! Let's go! Komm her, Baubattle! Danke, Flo! Ich mag mal, wenn du mein Baubattle hast! Alter! Ich sag du nicht so! Ich will 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 nicht so! Mach das Baubattle machen! Mach das Baubattle machen! Komm her! Alter! Aber Flo muss nicht killen! Flo kill mich mal bitte! So! Bitte! Ich will nicht so! Dein Esel, der trainiert los! Ja! Ja! Ich mach den Ketten! Ey! Ich will nicht so! Du Hund! Ich will nicht so! Du Hund! Ich will nicht so! Seine Lachen! Du Hund! Was? He! Du Esel! Keine Lachen! Mit den Ketten, wo der Hund wirst du Coins landet? Du ehren! Ach du! Ichillo nicht! Halt die Schnauzer! Gold, Gold! Gold, Gold! No Scope! Was sagst du?! Gold, Gold! Gold! Geiler Nosekopf, Flo. Flo, aber wir machen Nosekopf-Battle, okay? Okay. Flickte Kontrolle, Digger! Scheiße! So, jetzt! Jetzt! Krieg ich meinen Bauaufiss los? Ich hab die Schäme! Alter, ich hör nicht das Wasser! So, Max, du kommst jetzt hierher! Ja! An diesem Zeitpunkt, Digger! Und jetzt komm her, Alter! Gehst du hier an dein Farber? Nichts, weißt du hierher! Das ist die Kacke, Alter! Du bist Bauaufiss los! Ich bin Bauaufiss los! Da krieg ich meine Pyramide! Scheiße, Digger! Entschuldigung, der Bauaufiss ist nicht hinter! Ich hab euch beide gesnipet, Ich hab Yannick in der Luft und nicht oben stehen! War schon gut! Los! I don't! Ja, Mann, er klappt mich! Er kann mit... Er fällt runter! Ah! Bauaufiss los! Bauaufiss los! Bauaufiss los, ey! So was sagt man nicht, Yannick! Oh, Loll! Warum bewege ich mich nicht? Oh! Mann! 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 Oh, du bist nicht schlimm. Nee, nein. Baby, komm! Mach ich halt nur fünf Minuten. Okay, danke! Okay, no! No, scope! Da fällt der Controller Janik, oder? Mach das halt jetzt fünf Minuten, ich hab ihn nämlich aufgegessen. Das rauskommt quasi fünf Minuten zuerst. Scheiße, Alter gut. Er war der nur fünf Minuten und nicht aufgegessen. Ich hab jetzt nichts mehr abgelaufen. Der Kartoffelpüree, Alter, hat nicht aufgegessen. I hate you! I hate you! I hate you! I hate you! I love you! I hate you! Alter, ich bin gleich am Racken. Sexy, Mama! Mama, Mama! Oh, Bruder! Fuck, die jedoch. Ja, ich bin gleich am Rad, Alter. Ich überwau mich grad selber. Ey, das ist... Game, let's game! Macht's, schieb mich so mit dran! Macht's aus! Oh, der ist... Er gibt's mir doch hier! Huch! Ich bin draußen! Eih... 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 Ah, so? Du warst das nicht mal... Eih... Das passiert, du hast mir abgestopfen? Eih... 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 Ey... Säen Wut? Fragezeiten? Säen Wut? Max, lass mich. Nur so lass mich. Ich lass mich auch. So, ich gern zu den. Ja, genau so. Willst du mich eigentlich abzupacken? Ja, ja, ich weiß was du mal holst. Ja, ja, Flo! Ja, go! Janik, sag noch einmal so ein Wort und ich muss das Mord wecken. Nicht dieses Mal! Oh, scheiße. Nicht dieses Mal! Okay, Max, dann mach ich jetzt für dir. Okay, Max, dann mach ich jetzt für dir. Du hast die Falle kaputt, sie hat den Ding heute noch ausgedrückt, oder? Ach ja, Max, komm, die bin ich auch nicht. Sexy, ma mama. Boom, barabum. Ich noch, ich fliege. Aber Jungs, ich mach sie mal. Ähm, 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 das ist ja so. Junge! Ja, genau, wenn du dich bist, wenn du dich bezahlen willst. Was? Scheiße. Er hat sich fast geworkelt. I hate you. Hallo, Ubi. Wie? I love Yannick not. I love Yannick not. Wie hättet ihr nämlich durch meine ganze Wand? I love you not. Du bist schon kranker Scherz. Du bist mein Herz. Uuuuuh, Sitz ich weg. Okay, Yannick. Okay, Yannick. Du bist ein Stück Kacke. Jetzt. Ich verarschen ja beide Rocket Launcher. Das ist ein Stück Kacke. Das ist ein Stück Kacke. Green, Barabum. Ey! Ihr seid beide meine Kids. Oh mein Gott. Ist das passiert, oder? Ich fahr grad... Sechst du noch mal? Geh doch einen Rocket Launcher her. Ja, bei denen herauf. Was ist das? Du bekommst einen Rocket Launcher. Wenn er Rocket Launcher ist, dann ist es feiner. Loh, geh doch einfach bei Herausforderung. Bei Herausforderung führen sie das Metal-Ship, und dann der Rocket Launcher. Oh! Juhu. Skrr. Safety in der Mama. Boom, Badabum. Ah! Das ist ehrlich. Schau. Nee, ich geh weg. Das Flo? Der ist wahrscheinlich so schrecklich. Doch. Die waren noch schneller. Kappa. Ach so, Kappa. Ja, mein Mann. Das ist halt wieder komplett. Nein! Ich gehe... Oh! Der los ist durch die Scheiße! Oh! Ja, nee, Digger! Oh! Ich freue dich so früh, Digger. Oh! Ich will gerade nicht verleidigen. Ich darf auch nicht. Flo, aus! Ha! 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 Hallo! Ich will sowas hittenden, Alter. Bumparebumpampi! Da! Da! Ich kann meine Rakete fliegen. Bumpaa! Ah! Aaaa! I love it! I love it! I love it! I know! You know! We are unforgettable! Mhm. Mach deinen pues. Mach warten fest zugeben. Ich hab' keine Lust mehr, Bruder! Ich hab' keine Lust mehr, Bruder! Ich hab' keine Lust mehr! Mein Boy! Ich hab' so gut gegangen! Ich hab' ca' euoh! Warlalk mich durch wenn ich erfasst das ... Ähäähähähähähähähähähähähähähähähähähäh.. I don't care ahahahhh Ich hab mir nicht gekozt.. Das ist wieder gut Wir sind hier einfach nur ein Fuss, was wir hier zum probieren Ich bin nicht nur ein Fuss, was wir doch genau die Fuss Mh, dunen kind! Oh NAH, 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 NAH! I hate you! Au wa, Mh, 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 NAH, NAH! Ah, wir können auch noch nichts... N-NAH, NAH... Noch einmal null! Unbettelt! Nein, ich kann auch noch mal versuchen, aber die Hände sind im Muttern. Max, du hast! Sie... Okay, drei Sekunden, der Hände ist im Muttern. Was ist? was ist mit mir was Was? Hä? Hä? Los, schieß das mal hier auf. Oh, wer hat sich das wirklich mal schon liegen lassen? Hä? Ich hab ihn liegen gelassen, weil ich mir einen neuen Haufen... Hallo, Yannick! Ohne Explosives! Ach so! Sorry! I hate you so much, I'm precious. Weißt du das eigentlich? Nooo! Mach dich! Hauf mir jetzt ein ganzes Inventar voller Rocket Lounge, das ist egal. Nooo, mach dich! Oh oh! 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 Oh. Ah. 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 Ah! Ah! Leck! Ah. Hallo Marc! Hör doch auf! Leck mich doch am Fütterli! I hate down, cahhh I love- Ah wo ist der? wo ist der? da oben ich hab dir grad nen Headshot gegeben das war nicht gescoped das ist mir kein Heavy Shot für nen Headgegeben ich hab dir nen Heavy ich hab dir nen Burst Shot gegeben 44 damage mach dich hier mal ganz kurz Janik, ich komme ich hab einfach ne Heavy hör auf, lass mich lass mich du hast kein Heavy ja, kein HP I don't care I hate you ach come on, ich hatte 4 HP, Junge was willst du machen Janik ja, aber du ja, ich komm da wohl nie hoch Flo Flo was ist denn der was ist denn der alles, aber keine Minigun der hätte schon P90 aber guck wo ich war ne Minigun ich war ne P90 wie hab ich meine Hände ja, bei ihm dann hätte ich wieder ja, komm boi ey, Junge AHHHHH JAAAAAAH don't fuck with me au you get down get up my land die Atlantis Flo, der Jumpshot war nice der Locked Jumpshot I don't I hate you I hate you Flo, schweb wieder auf den Launcher Flo, schweb wieder auf den Launcher ich war nicht, Alter, du liebst der hat sich jetzt 290 ebenso ey, ich hab keine Mühe, Flo, gar nicht das war alles 290 Bruder das war die Pickaxe, der Flo ja, das war die goldene ähm, hier links Pickaxe die goldene Galaxy Schwitzhacker ja, Mann für Galaxy gibt's jetzt Schwitzhacker und Rücken-Arsessort so schaut er aus ich hab den Galaxy ey, der mich ja looten lässt also, bald in 3 Tagen alter schallgedämpfte, lieber Flo, du hast den eh nicht du lügst ich bekomm ihn, wenn der Sache um den kommt Digga, ich kann gar nicht bauen und der spammt wie so ein Ehrenloser Aaaaah Aaaaah ich hab da auch Flo wie er noch mich hittet, ne Digga, dieses Spiel ist so Aaaaah, Alter wackelhaft zu lachen wie so'n Opie, Alter Opilogi, komm her nein, geh weg danke, Flo ich hab keine Mets ich hab keine Mets Max, geh weg hat nur ein goldes Eventar, Digga die beste Messer doch noch mal Schack, Schack und dann ist es und für dich Alter Alter Hallo Maxi, lassen sie das Maxi, komm, RocketRide Maxi, komm, RocketRide sie kommt so perfekt schau Maxi, die ist so efectiv stechein, woge ich weiter komm 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 Nein, schieb zu mir, schieb zu mir! Oh, ich bin nicht so hoch. Ja, ich bin nicht so hoch. Schieb hoch, schieb hoch. Nein, ich kann mal. Ich bin ja da zum Glück. Ei. Wenn du mich tust, machst du dir was. Komm weg da! Oh, nein! Haha, flutig ja. Oh, der ist getötet. Egal, mach dich, ich bin bei dir oben. Sexy Mama. Warte, schlau, Yannick wieder. Meine Scheiße! Los, zählt, ich komm her! You know, you are forgettable! Pam, palpau! Pam, no scope! Oh, null? Ja, der no scope wäre aufgewesen. Schieb hoch mit dem Raketen-Lerfen. Ja, das mache ich, Papa. Max, mach du nichts verbrochen. Du musst eigentlich perfekt kommen. Warte, die Scheiße ist gerade zu hoch. Warte, wir machen uns jetzt einfach so. Komm hier her, Flo. Jetzt muss ich warte, ich muss schon das laufen. Es macht mir sehr gut. Ich mach nichts, ich schau auf zu mit dem Sniper. Max, sehr gut abgebaut. Los, her auf zu aimen. Hör auf! Okay. Sehr gut, Flo, ja. Okay, er sneakt, ja, er läuft. Max baut ne Treppe nach oben. Max läuft in die Bude rein. Max springt auf die Tür. Max schießt das wieder weg. Flo, pick jetzt das Ding. Oh, er hat es geschafft. Oh, er hat es geschafft. Oh! Nö, Alter! Moskito! Oh! Für die Moskito Army! Pam! Los! Los! Die Moskitos sind die besten. Aha. Okay, dann war ich hier gerade laber. Digga, verstehst du? Ich will euch nicht. Aber ihr geht ins denn wieder auf die Luft, ne? Ich will euch nicht. Und, ähm, ja, ne, du gehst doch da oben, okay? Ja, ich schau euch zu. Nö, ich geh jetzt ein von euch. Weil ihr mich auch angeschossen habt und getötet habt. Nein! Nö! Gar nicht. Mach's doch! Mach's! 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 Ich komm jetzt hier wieder. Flo, äh... Wenn... Wenn du uns abschießt, oder Max, wenn du ihn abschießt, dann mach ich mit euch beiden Kontakt ab. Also, hier muss ich. Jetzt bau dir in der Tür. Öffne die Tür. Mach's sie mit der Tür öffne. Ja, ne, guck auf, du A-Man! Ich schau euch, was du... Alter, Löt für dich. Nein, wenn du ihn killst, dann mach ich Kontakt abhoch. Ey, Max, ne? Mach's! Mach's auch Kontakt abhoch und... Und Ende den Kanal. Oh, fuck. Wo ist Maxi? Ich will auf, Max! Max, ich will auf! Geht das? Wenn ich das abhoch? Nein, das geht dann kaputt. Ich will auf die andere Seite. Warte, wie geht das? Andere Seite. Bist du auf der Treppe? Weiter raus! Viel weiter! Viel weiter! So? Ja, so. Auf! 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 Hey! Meine Pfeilen sind weg! Weggelaufen! Janik! Ja! 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 Ich will auf Feuer sein! Ja! Komm mal her! Hallo! 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 auch genannte einsetzen ich möchte mich ja weil ich auf der treppe war ich stehe hier sogar mitten in der falle loge da oben hin ich will die rocke bleiben jannik ist so ein nein du hast so gekillt du hast so mit der falle erledigt und es darf man nicht das gelächter ist gesetzlich verboten hallo bloß gesetzlich verboten macht es auch gesetzlich verboten aber dann mache ich dir das recht schau mal warum geht denn immer alle weiter auf mich sorry ja blo ich liebe dich blo team ja maxi alles ich liebe dich du hast mich gerettet ach so ok digga du hast mich gerettet ich werde dir an den fallen gestorben ich habe was super von digga ja er schießt auf meine wand das game ist so lächerlich ne so lock es ein ach krieg ok krieg 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 3 2 1 3 2 3 2 3 jannik wo bist du hier oben alter wenn du mich hier betreffest ich dachte ich ne im maxi bist so ein dummer ach sie ne nein oh ich habe ein aimbot digga er hat so luck auf dem pc ne weil da nichts dran alter wie viel jetzt habt ihr? er habe ich genommen ich habe ihm so einen körper no scope instant gegeben kom her ja er wird uns weiter flo immer nur ich habe geh flo oooohh 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 ooooh 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 Oh, das will ich hier hin! Oh, das will ich hier hin! Ich will kein Ehrenlo-Un-Ehrenlöser-Hund. Ich spiel Buchungskindel. Du Hund! Du Hund! Du bist schrappelhaft, aber keiner. Geil! I don't like you anymore! Ey Flo, wie er sich hochstackt, Digga. Gar keinen Bock drauf. Auf dich? Ich weiß nicht. Hallo! Hallo! Ich muss wirklich gar nen Trick zeigen. Oh, Lach! Oh, Lach! Hallo, Lach! Die sind ja alle frei, oder? Ey, Flo! Aber macht Spaß noch nicht zugehend, Flo, ne? Ey, was? Ganz ehrlich, mit Flo sauf nur ab, weil er nichts kann. Ey, Digga! Verrückt, willst du wieder ein 1-1-1-1-1-1-1? Was? Komm! Willst du wieder ein 1-1-1-1-1-1-1? Was ist? Hast du denn diret? aryn? Was sie denn hier? Sieht doch hin. HäG? Die ist Kalauch, der Das yaa chaque... Er hat die ganzen Schupper... Wir haben die ganze... Tun so sehr lange. Er hat den ganzen Schaden, der da zum Glück, L büy... Ey, da kann halt nichts, außer locker sein. Mal auf. Ja! Ich bin meine letzte, ja... Hallo. der cbo alle gegen flo jannik alle gegen flo alle gegen flo ok alle gegen jannick alle gegen max alle gegen mass alle gegen max ja komm alle gegen max Du gehst da drauf! Du gehst da drauf! Komm noch in den Schiff rein! Warte, komm von oben! Komm von oben! Ich bin von vorne, ich bin fast weggegangen. Ey, alle, das ist so schassig. Hey! Hi! Hey! Mach das nicht bitte kurz hier, wenn du irgendwann bist. Wenn du irgendwann bist, lässt du mich ziehen, Alter. Ey, ich hol mir jetzt 5 Rocket Launcher und 6 in mein Inventar. Nein! Gibt die Scheißautomaten, Alter. Alter, hier üben natürlich! Jetzt ist es Ende, Alter. 5 Rocket Launcher, hier geht's auf, Alter. Wenn du aufgehst. 1 3 Er macht die Ro... Alter, er hat die ganze Liga kaputtgemacht, Alter. Ich bin nicht so dumm. Junge, bist du dumm! Das älter, die Ro... Ich glaube, das hält doch gut zu machen. Nein, nicht. Ja! Nein! Die Ro... Wo? Ach da! Komm, ey! Ey, Max, wenn du mich killst, ne? Ich würde, ich bittier dich. Ja! Danke! Nein, 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 nein! Komm da rüber, aber nicht! Ich kann mich leider von euch killen! Bitte! Du willst dich kill dich mit Ro... Ich will mich jetzt noch einmal! Komm her, Clou! Komm her, Clou! Komm her, Clou! Deine Ernst, Clou! Ja, Nick, ich muss doch richtig killen! Hä? Wie hab ich dich nicht gehittet? Oh, Junge, na? Komm jetzt runter, wenn du ein bisschen killst mich! Ja, Nick! Ja, Fatsch! Ich kenne dir was so! Da hab ich noch richtig killen! Bist du ehrenlos, Max? Ja, ich mach dir ganz ehrlich! Bist du ehrenlos, Max? Ich mach dir ganz ehrlich! Das ist ein Faktabbruch! Und? Und? Ach, schau ihn an, dein ganzes Leben mit Ehrenlos, Alter! Was ist das einfach kaputt? Das kann man neu! Ja, na, und dir das! Ich glaub, ich mach dir erstmal bestimmt! Ja, weil Yannick wieder 5 kaufen will und spamme mir, wie so ein Ehrenloser! Machst du doch selber, du hast selber 3 oder 2 in dein Inventar! 3, aber ich spam mich! Du, spamst du richtig? Was machst du die ganze Zeit? Spamst du die ganze Zeit! Spamst du die ganze Zeit! Der Schiff ist überhaupt aufgebaut? Ja, komm! Ja, ich hab alle gegen... Alle gegen... Alle gegen Max, okay? Na komm, mein Team! Ja! Welches Team bist du? Team 1! Bin ich! Hier! Ja! Ich auch! Habt ihr schon aufgebaut? Ja! Ja, siehst du! Ich bin bei der Spiel! Oh, es macht Max, es macht vielleicht... Das macht Max, es macht vielleicht... Oh! Eine... ...